Haben Sie sich schon mal gefragt, wie zum Beispiel ein Schweißgerät entsteht? Also, wie sowas tatsächlich produziert wird und was es dazu alles braucht? Wenn Sie sehen wollen, wie wir das machen hier in Österreich bei Fronius, dann bleiben Sie dran. Wir werden Ihnen das jetzt häppchenweise in kurzen Videos zeigen. Herzlich willkommen bei Fronius. Wir möchten Ihnen heute unseren größten Produktionsstandort hier in Sathlet vorstellen. Wir haben hier 45.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Und wenn man das Gebäude so ansieht, sind es unterschiedlich hohe Baukörper. Das hat einen Hintergrund, so kommt viel Tageslicht von der Seite in die Produktion hinein. Außerdem ermöglicht es Innenhöfe, also die Mitarbeiter haben auch einen Zutritt ins Freie. Was mir am besten gefällt hier oben, ist der Blick auf unsere große Photovoltaikanlage. Mit einer Fläche von über einem Megawatt-Peak produzieren wir so viel grünen Strom, dass man damit 250 Haushalte versorgen könnte. Und wir haben nicht nur hier an diesem Standort eine Photovoltaikanlage, sondern an allen unseren österreichischen Standorten. Und insgesamt wird hier so viel Strom produziert, dass, wenn man das in der E-Mobilität verwenden würde, ein E-Fahrzeug 8 Millionen Kilometer zurücklegen könnte. Das ist so viel wie 861 Mal von Moskau nach Wladiwostok. Aber die Strecke fahrt ihr dann doch lieber mit der Transsibirischen Eisenbahn. Wenn man in die andere Richtung da drüben schaut, dort sind unser Kräutergarten und auch vier Bienenstöcke. Und die produzieren unseren Fronig. Den kriegt man dann auch bei uns im Restaurant. Ja, wir Fronius-Mitarbeiter haben es auch kulinarisch echt gut. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit Lebensmitteln, die eben keine weite Reise hinter sich haben und großteils Bio sind. Seit Fronius das Restaurant selbst betreibt, ist das Realität. Und die schmeckt echt gut. Auch den Kindern von Fronius Kinderland schmeckt das Essen sehr gut. Ja, wir haben einen Kindergarten und auch Krabbelgruppen. Nachhaltigkeit oder vielmehr Zukunftsfähigkeit ist bei Fronius umgesetzte Realität. Das fängt bei der innerbetrieblichen Mobilität an mit der Carsharing-Plattform bis hin zu einem Fuhrpark, der zu einem immer größer werdenden Anteil mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Wir haben mittlerweile schon an die 100 Ladestationen bei Fronius und auch eine Wasserstoffbetankungsanlage. Am Standort Sathlet produzieren wir für alle Business-Units in Mehrschichtbetrieb. Hier hinter mir entstehen Produkte für die Photovoltaik. Unsere Business-Unit Solar Energy hat die flächendeckende Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen im Fokus. In der Business-Unit Perfect Welding gibt es eine riesige Produkttoilette. Angefangen von im wahrsten Sinne des Wortes tragbaren Produkten bis hin zu Systemen für die Industrie. Immer liegt das Augenmerk auf dem perfekten Lichtbogen für eine konstant hohe Schweißtoilette. Die Business-Unit Perfect Charging steht für intelligentes und kostendünstiges Laden von Antriebs- und Starterbatterien. Keine Sorge, die haben auch unsere Härte-Tests überstanden. Keine Sorge, die ist nicht mehr so viel stärker. Keine Sorge, die ist nicht mehr so viel stärker. Vielen Dank.